Es geht darum, am Sonntag sich weiter in die Tabelle nach oben zu bringen und sich von dem geballten Mittelfeld vielleicht ein Stück weiter zu entfernen. Wir haben natürlich gegen München sieben oder acht Spiele nicht verloren, treten auch im Moment sehr selbstbewusst, sehr überzeugt, sehr spielstark, ganz schnelles Umkehrspiel mit Laut, der auch das Selbstvertrauen wieder hat, der sein Timing wieder hat. Bierowka, Halfer, der am Anfang nicht so die Rolle gespielt hat, spielt sehr stark. Ludwig ist für mich ein herausragender Spieler, den ich immer gerne in meinen Mannschaften hätte. Dann haben sie ein sehr gut organisiertes Mittelfeld und in der Abwehr wirken sie auch sehr stabil, haben wenig Gegentore bekommen. Also wir müssen auf dem Hut sein, wir müssen sehr klug spielen, sehr überlegt spielen.